Dann tun Sie mal bitte Wunsch. Aha! Mehrere meiner Freunde haben bei der RS-Rei-Infraulichkeit verloren. Darum freue ich mich auf die ganze Intimität. Gut, das reicht. Yes! Was für einen Dienst gerade hat er im Militär, den ich fragen darf? Der Alex ist Yogalehrer. Dein Yogi-Bär kommt in mir als Militär. Am Montag fällt der WK an. Tief! 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 Das muss der perfekteste WK werden, den wir je durchgeführt haben. Gott wird geschossen! Hat es dir ins Hirn nicht geschissen? Sorry. Sie sind ein Schand für das Bataillon! Nein, für die ganze Armee! Schaffi, Espresso! Gerne, ja. Die Schüsse hat sich gerade Freiburg geholt, um den Hof zu putzen. Du bist doch nicht allein, ich bin auch noch da! Nein, der besteht! Aber doch nicht zum Spass! Ich bin übrigens Alex. Jessica. Es ist nicht gerade einfach als Frau der im Grupp. Das kannst du nicht sagen. Du bist tot! Du bist tot! Schaffendes! Hast du dein Bataillon gehalten? Schaffendes nicht! Schaffe ich dich! Du bist tot! Yuck! Ahahahah! Armee Reform 15. Flexibilität... Bewegung... Um... You take my hand! Hold up, erp'chie! Bläh! Bläh!